Ja, ich bin der schlechteste Schütze. Bin überhaupt Zeit. Doch, der schlechteste Schütze. Aha, was haben wir denn da? Du denkst auch wahr, du bist der Beste. Nein, die Muni gehört mir. Ich krieg Plus, du kriegst Minus. Oh, was? Was? Hä? Warum? Ja, lad mal nach. Vielleicht kriegst du es ja doch noch. Oh, die hält doch nicht still mit dem Kopf. Ja, lad mal nach. Vielleicht kriegst du es ja doch noch. Die haben es gesehen. Ach, da kam der Schuss her. Ja. Ja, ich... Schlückchen trinken. Wehe, du schießt ja so für mich. Der schwingt aber zusammen. Ah, du siehst mich nicht. Ich bin nur eine Unlös... Bläh, bläh, bläh. Was? Nein! Du scheiß Keks! Oh. Oh. Nö. Gar keinen Bock mehr. Na! Nö. Okay. nein ich sollte mal öfters mit der wende spielen so wie die das machen danke du sau wenn einer schießt wirst du schießen alle nein lass es jetzt habe ich mir ausgesperrt nein natürlich kommt einer rin war man zur kacke keine angst alter schwede natürlich von allen seiten oder was ich komme nicht durch ach so ja bauen sich überall ein ach ja oh die wand kommt immer dichter und ich komme da nicht hoch schön stimuliert auto ok stimuliert auto gibt es noch nicht so schlecht zielen hör auf zu schießen junge ok hat sich erledigt hier hmm miau oh eine waffe Da mach ich doch ja nur mit. Tja, meine Musik überzündet eure. Ich bin nicht Cartmans. Okay, äh, Aufträg. Kann ich hier einen Auftrag machen? Ja, oder so. Dann machen wir meinen Aufträg. Edelsteinfragment soll ich da finden. Ach du heiles Kanonwerk. Ich alleine. Äh, das ist doch fies, wenn alle hier landen, oder? Sehe ich schon mal von hier oben aus schon ein Fragment? Ich glaube nicht, ne? Also. Ich wünsche mir sehr, da sei ein Fragmentos. Und ich will... Ähm, was? Keine Frage. Kennst du den blonden Trottel im Anzug, Agent Jones? Es gibt noch mehr wie ihn. Ja. Und die haben schon ihre eigene Trottelgemeinschaft. Ja. Lass uns ihnen ein paar Sachen als Friedensangebot bringen. Ja. Und dann checken wir in ihrem Lager, wie gefährlich sie sind. Ja. Pssst. Sieh dir das an. Ein kleines Bild von Sir. Und vom Fundament. Und lauter Messer daneben. Muss ja nichts heißen. Nein. Hat ja auch nichts zu heißen. Und jetzt sei still. Das ist verdammt laut mit dir. Ja. 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 Das ist da ein Fragment. Hier spricht der Wissenschaftler auf dem sicheren Kanal der Sieben. Pssst. Um vier Uhr morgens haben wir ein Signal vom Paradigma empfangen. Die Echtheit des Signals ist noch nicht bestätigt. Ja. Jetzt sei leise. Oh, sowas haben wir gesucht. Eine Unabhängigkeitserklärung. Sie werden nie wieder für andere kämpfen. Rrrr. Hm. Jo, dann ist es so, ne? Ha, ha. Jo, dann ist das so,rebjets. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Zwei Stunden später. Hm, ich weiß was Besseres. Zwei stündige Aufnahme? Weil ich dann schneien. Pro Tag 20 Minuten davon. Ah, das wär gut. Ich hoffe, es gefällt euch dann. So, Auftrag. Oh ja, einmal hin. Schon wieder an derselben Stelle. Ich weiß, aber ich will endlich diesen Fragment. Oh, kann es sein, dass Spieler mir das klauen können? Ich bin mir da nicht sicher. Was mir natürlich jetzt persönlich ankotzt, ihr wisst was, was ich meine, dass alle jetzt hier auf denselben Fleck landen, da wo ich diesen Fragment haben will. Ja, bitte. Kennst du die blonden Trottel im Anzug, Agent Jones? Es gibt noch mehr wie ihn. Und die haben schon ihre eigene Trottelgemeinschaft. War das so ein Spieler? Ups. Hä? Hä? Ich hab nix bekommen. Ich hab nix bekommen. Och, nö. Wie doof. Auf zur nächsten Runde. Er stellt gerade Verbindung her, falls ihr es noch nicht seht. So. Ja, ich guck einfach mal, wo ich lande. Setze Gegner am Brand. Setze Gegner am Brand. Ja, ich nehm hier diese... Toll, ich wollte gerade was erklären, aber egal. Lass mich los! Ich will da runter! So, ich hoffe, dass ich da ein Fragment finde. Viele kleine Digimans! So, Fragment. Wo steckst du? Oh, kann ich hier was? Oh. Ja, gib her. So, es lieb. So schön. So, jetzt nicht so viel rumideln. Ich suche, äh, Fragmentos. Propentos. Fragmentos, bist du hier? Hier. Ich rufe dich. Fragmentos. Fragmentos. Da oben ist ein Fragmentos. Fragmentos. Wir haben sie gefunden. So, und jetzt Fragmentos, Riron, Dings, Bums, äh, mal hier raus. Hallo? In die Unsterblichkeit. Äh, nicht, dass ich was falsches sage. Also, unterbreche ich dich da an dieser Stelle. Oh, da ist eine AK. Lass mich da hoch, du Sau. Hallo? Spring doch mal. Du bist so ein Bob. So. Ihr habt nicht gehört, wie ich geflucht habe. Ihr habt es nicht gehört. Nein, nein. Ihr habt es nicht gehört. Ihr habt gar nichts gehört. Überhaupt nichts. Kopfgeldjagd. Wo ist er denn? Bäh, eine Wand. Eine fette Wand. So, was ich mal gucken wollte. Wo bin ich? Und wo ist der nächste Shit? Ah, verdammt. Da komme ich da ja nicht mehr hin. Aber ich probiere es trotzdem. Wenigstens ein Fragment noch. Wenn ich jetzt sterbe, ist es nicht so schlimm. Hauptsache ich kriege diesen einen Fragment. Wenn ich sterbe, ist es nicht so schlimm. Hauptsache ich kriege diesen einen Fragment, den ich erstmal stundenlang suchen muss. Ey. Wer nimmt hier an? Achso. Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt. Wie immer. Ich sage nie irgendwas, was euch... Kopfgeldjagd abgeschlossen. Haha. Cool. Danke. Danke, Jungs. Mädels. Dankeschön. Aber ich muss mal hier ein bisschen... Ah. Das tut bestimmt gut, wenn ich mir ein bisschen schnell einsprühe. Bevor ich sterbe. Ich will noch nicht so früh sterben. Ich möchte die Zeit nutzen, ähm... Um hier mal kurz einen Blödsinn auszumachen. So. Und gucken, wo dieser Fragment ist. Ist bestimmt wieder irgendwo auf der Straße. Da hinten. Ich sehe es schon. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ja, nice. Den zweiten Fragment in dieser Runde. Ja. Mega gut. Kann ich ja noch ein bisschen hier ein bisschen rumschnürkern, ne? Ja, ja. Nimm ich mit. Und sterbe. Nice. Und lass Munition liegen in der Unwisse. Oh, Tankstellenbereich. Ja, nice. Hallo, Freunde. Na? Na? Hast du mich vermisst? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat die Schnauze voll von mir. Hehehe. Ach, was läuft denn da hinten rum? Warum laufen die weg? Ach, wisst du was. Lass du weglaufen. Ist nicht mein Problem. Das müssen die selber wissen. Sind sie alt. Hä? Hä? Wo kam der denn her? Ich hab zwar die Schüssel gehört, aber ich hab's ja ignoriert. Ach, sammelt Ressourcen da unten. Wo's mache ich jetzt? Auch ist es auch. Bisschen Schotter mitnehmen. Entschuldigung. Ach, sei ruhig. Ach, sei ruhig. Ich brauch hier Metall. Ach, sei doch still. Ich brauch Metall. Hall. Ach, sei doch. Hey. sigu on. achten hier spielt ok ok na 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 was was findest du